Schöne Sachen zu Oma. Und Tommi! Ja, und Tommi kann da auch mit rein. Was können wir denn in den Korb machen für Oma? Guck mal, was können wir da rein machen? Das? Ja. Machen wir rein, ne? Omas essen gerne Brut. Und was vielleicht noch? Guck mal. Das vielleicht? Käse. Machen wir rein, ne? Und weißt du was, Omas auch gerne trinken? Weißt du, was es ist? Körbchen. Wein. Wein. So, und pass auf, jetzt hab ich das Körbchen fertig für ein Rotkäppchen. Oma, zu Granny. Ja, zu Granny können wir das Körbchen, zu Oma. Und jetzt können wir nämlich das Rotkäppchen riechen. Wenn der Tag am Ziffernblatt kleben bleibt und der Sand in der Sanduhr stoppt, dann weiß ich, das ist meine Zeit und ich schnapp mir Korb und Stock. Dann nichts wie raus und nichts wie weg. Ich kenn den Weg genau. Kenn jeden Baum, jedes Versteck und jeden Fuchs im Bauch. Zu Großmama, zu Großmama, ich nehm den Wiesnensschwung. Ein einer links und einmal rechts, der Tag ist ja noch jung. Dann gehen wir zur Oma oder zu deine Granny und bringen die schönen Sachen. Alte Leute sind oft allein. Das ist nicht fair, das ist gemein. Drum pack ich meine Sachen ein und will bei meiner Großmama sein. Sie wohnt in einem schönen Haus. Der Himmel schaut zum Fenster raus. Die neue Fuchel riecht so weit. Wie lecker, das ist in meinem Zeit. Nichts ist wie Schokolade und steht der Tod eines Tages vor der Tür. Bieg ihm was an, frag nicht um Gnade. Vergisst er dich, schleicht dich leise aus der Tür. Die neue Fuchel riecht so weit.